Da kommt Leben in den Fischteich. Wirft Max Hörsen die leckeren Pellets ins Wasser, sind die Forellen außer Rand und Band. Schließlich besteht ihr ganzer Lebenszweck nur darin, zu fressen und später gegessen zu werden. Max Hörsen kennt diese Forellenzuchtanlage, weil er vor ein paar Jahren schon einmal kurzfristig eingesprungen und einige Wochen hier gearbeitet hatte. Wir müssen grundsätzlich um den Fischbestand kümmern. Zurzeit ist es jetzt auch noch Brutzeit, dass im Bruthaus noch recht viel zu tun ist. Denn jetzt füttern zum Beispiel, Fische sortieren, Fische wie hier mit Direktvermarktung, Angelteiche, Fischverarbeitung, Räuchern, Fischverkauf, im Prinzip alles. Andreas Frank hat ihn gerufen, weil er einfach mal eine Woche ausspannen möchte. Kennengelernt haben sich die beiden vor drei Jahren, als der Inhaber der Forellenzucht in Rottstock bei Ciesa schwer erkrankte. Max Hörsen war damals der Retter in der Not. Das Problem ist, die Berufsgenossenschaft, die landwirtschaftliche, die hat Leute für Kuhstelle und für Hackerbau. Aber in der Fischerei ist keiner da. Und zu dem Zeitpunkt damals hatte Max gerade sich entschlossen, diesen Job zu beginnen. Und dadurch, dass er sich in der Fischerei auskannte, ja, wenn jemand einmal da mitgemacht hat und das gelernt hat, dann funktioniert es relativ schnell. Max Hörsen ist der einzige Fischwirtschaftsmeister in Deutschland, den man mieten kann. Für den 28-Jährigen stand schon früh fest, dass er später einmal viel draußen arbeiten möchte in der Natur. Schon als kleiner Junge war er ein leidenschaftlicher Angler. Kein Fisch im Dorfteich vor der Haustür war vor ihm sicher. Die Ausbildung zum Fischwirt war da nur die logische Konsequenz. Und dann war da noch die Sehnsucht nach der großen, weiten Welt. Ich wollte eigentlich hier wohnen bleiben in Brandenburg, wollte aber trotzdem raus in die Welt und viele Fischereien kennenlernen, dazulernen, Leute kennenlernen. Und habe halt gedacht, dann mache ich mich mal selbstständig, probiere es mal aus. Und hat dort von Anfang an gut funktioniert. Und jetzt bin ich halt wirklich unterwegs in Deutschland von Norden bis Süden, Ost nach West. Und auch teilweise Italien, Rumänien, also Ausland, da geht es oft um Carverproduktion und störe. Während Andreas Frankel sich in seinen wohlverdienten Urlaub verabschiedet, klingelt bei Max Hörsen schon wieder das Telefon. Am Bodensee benötigt jemand dringend seine Hilfe. Die Telefonnummer hat der Betroffene vom Landesfischereiverband bekommen. Es besteht ein wahnsinniger Bedarf. Ein Unfall oder eine Krankheit, die kommt, egal wann es kommt, immer ungelegen. Und wenn Sie dann als Einzelunternehmer unterwegs sind, in einem Fischereibetrieb, in der Fischzucht, brauchen Sie unbedingt jemanden, wenn Sie ausfallen, der das weitermacht. Sie können es ja nicht von heute auf morgen stilllegen. Es muss ja weitergehen, wenn Sie wieder da sind. Und da ist jemand wie Max Hörsen ein Segen. Bei Krankheit oder Unfall übernehmen Krankenkasse oder die Berufsgenossenschaft die Kosten für den Mietfischer. An den Bodensee schickt Max Hörsen diesmal seinen Mitarbeiter. Er selbst wird die nächsten sieben Tage ausnahmsweise einmal wieder zu Hause schlafen können. Sehr zur Freude seiner Freundin. Aber danach geht es schon wieder nach Hamburg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.